Wolfgang von Grote war ein deutscher Offizier und Militärhistoriker. Er war von 1964 bis 1969 Amtschef des Militärgeschichtlichen Forschung samt des Leben. Von Grote studierte zunächst an der Universität Freiburg im Breisgau. 1934 trat er in die Reichswehr ein und wurde später Berufssoldat in der Wehrmacht. Er diente im Zweiten Weltkrieg zuletzt im Dienstgrad eines Majors. In der Nachkriegszeit arbeitete er aushilfsweise an einer Volksschule in Oldenburg. Im Anschluss studierte er Geschichte und wurde 1948 bei Reinhard Wittram an der Philosophischen Fakultät der Georg-August-Universität Göttingen mit. Der Dissertation Die Entstehung des Nationalbewusstseins in Nordwestdeutschland 1790 bis 1830 zum Dr. Phil, promoviert. Von Grote arbeitete dann mehrere Jahre im Schuldienst in Bremen. 1956 wurde er als Oberstleutnant in die Bundeswehr übernommen. Er wurde U.A. im Bundesministerium für Verteidigung in Bonn und als stellvertretender Kommandeur der Panzergrenadierbrigade 16 in Windorf verwendet. Von 1961 bis 1964 war er Dozent für Militärgeschichte an der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg. 1964 wurde er Amtschef des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes in Freiburg im Breisgau. 1969 trat er in den Ruhestand. Er begründete die Bibliotheca Rerum Militarium, die militärgeschichtlichen Studien und die militärgeschichtlichen Mitteilungen mit Schriften. Die Entstehung des Nationalbewusstseins in Nordwestdeutschland 1790 bis 1830. Musterschmidt Göttingen U.A. 1955. Große Soldaten der europäischen Geschichte. Athenium Verlag Frankfurt am Main U.A. Entscheidung 1866. Der Krieg zwischen Österreich und Preußen. Deutsche Verlagsanstalt Stuttgart 1966. Napoleon I. Und das Militärwesen seiner Zeit. Im Auftrag des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes und der Rankegesellschaft Rombach-Freiburg im Breisgau 1968. Entscheidung 1870. Der Deutsch-Französische Krieg. Deutsche Verlagsanstalt Stuttgart 1970. Handbuch zur deutschen Militärgeschichte 1648 bis 1939. Sechs Bände Militärgeschichtliches Forschung samt Bernhard und Gräfe München 1979-81. Still. Untertitelung des ZDF, 2020